Was bringt eigentlich dieser blaue Parkausweis? Der ist ziemlich wichtig, denn nur mit eurem Schwerbehindertenausweis könnt ihr nirgendwo kostenlos parken und auch keine Parkerleichterung in Anspruch nehmen. Aber natürlich gibt es für den Parkausweis auch Voraussetzungen. Erstmal braucht ihr eines der Merkzeichen AG oder BL, also eine außergewöhnliche Gehbehinderung oder ihr seid blind. Eine außergewöhnliche Gehbehinderung bedeutet übrigens nicht, dass ihr im Rollstuhl sitzen müsst. Auch wenn man oft mit Atemnot zum Beispiel zu tun hat, bekommt man das Merkzeichen. Aber was bringt dieser Ausweis jetzt? Klar, ihr dürft Behindertenparkplätze benutzen, aber es gibt ja noch die Parkerleichterung und dahinter steckt ganz schön viel. Ihr könnt an dem eingeschränkten Halteverbot bis zu drei Stunden parken und auch an zeitlich begrenzten Parkplätzen dürft ihr länger stehen und auch in Be- und Endladezonen dürft ihr parken. Damit ist aber noch nicht Schluss. In verkehrsberuhigten Bereichen dürft ihr auch außerhalb der gekennzeichneten Parkflächen parken. Ihr müsst nur darauf aufpassen, dass ihr den Verkehr nicht behindert. An Parkuhren dürft ihr kostenlos und egal wie lange stehen. Ihr dürft sogar auf Bewohnerparkplätze fahren bis zu drei Stunden und in Einzelfällen könnt ihr auch auf Kundenparkplätzen der Deutschen Bahn kostenlos parken. Der blaue Parkausweis gilt in ganz Europa. Wer einen orangenen Parkausweis hat, der kann die ganzen Parkerleichterungen in Anspruch nehmen, aber darf nicht auf Behindertenparkplätzen parken. Übrigens muss man nicht selber Auto fahren, um den blauen Parkausweis nutzen zu können. Beantragt wird der Ausweis bei der örtlichen Verwaltung. Wo genau, ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da müsst ihr euch am besten vor Ort informieren. Der blaue Parkausweis ist aber gar nicht so leicht zu bekommen. Das liegt häufig am Merkzeichen AG, der außergewöhnlichen Gehbehinderung, die häufig nicht anerkannt wird. Wenn euer Antrag abgelehnt wird, dann kann euch der VdK aber helfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal.